Hallo und herzlich willkommen zurück zu BANISHED. Wir machen genau an der gleichen Stelle weiter wo wir vorher aufgehört haben und da wünsche ich euch ganz ganz viel Spaß. Ja, irgendwas ist schon wieder leer. Ja, wir haben wieder kein Futter. Wir brauchen noch einen Fischermann eigentlich. Hm, wo setzen wir den denn hin? Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, könnt ihr jetzt noch einmal wieder weiterbauen Da hat jetzt noch den letzten auch noch drauf Kapelle, aber das brauchen wir bis jetzt noch nicht. Wir haben fast... Äh! Lol. Monsterleck. Monsterleck. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt baut doch mal, was macht ihr denn? Ihr habt doch zwölf Bilder, so schwer kann das nicht sein. Wo ist eine scheiß Prioritätensetzung? Also, hey Leute, der da unten hat am meisten Priorität. Ich kann dir drei geben. Jetzt bauen sie es. Und danach hat der Jäger größtere Priorität. Hunting Pine und Gatorfad. Hunting Pine kriegt jetzt auch oberste Priorität. Zack. Jetzt. Das machen wir erstmal so rum. Ja, am Anfang ist es halt ein bisschen, hm, man weiß ja nicht, was man machen soll. Gerade die Einwohner haben wir, da sind gerade 21 Leute haben wir. 28 Grad. Wut? Wird schon wieder früh, hm? Ah, ne, das ist das Fahren halt. Ne, das ist 30, ok, das ist eine Gradzahl, ok. Hä? Wird schon wieder früh. So próst mich schon ein bisschen? Ach alter sein? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020